Hallo, es gibt wieder ein paar Neuigkeiten auf Nianhausen Info über das, was in den letzten Tagen in der Gemeinde los war. Gestern gab es eine kleine Feierstunde, klein vor allen Dingen deshalb, weil wir in diesen Zeiten hatten wir noch nicht so feiern können, wie wir das gerne machen würden. Aber der Anlass war allemal verdient. Unser Beigeordneter und Ehrenbeigeordneter Friedel Dörr hat ein 50-jähriges Dienstjubiläum im Gemeindevorstand gefeiert und zu seiner eigenen Überraschung kam sogar der hessische Innenminister Peter Beuth vorbei und hat dem Jubilar die Freie vom Steinplakette überreicht. Das ist eine ganz, ganz große Ehre. Nur sehr wenige Personen haben diese Auszeichnung bisher bekommen und hier im Rheingau-Taunus-Kreis ist es, glaube ich, sogar erst die zwölfte Persönlichkeit in Friedel Dörr, die mit dieser Plakette ausgezeichnet wurde. Von daher eine sehr verdiente und großartige Ehre für eine wirklich herausragende Persönlichkeit des Ehrenamts und der Kommunalpolitik bei uns in Nianhausen. Von meiner Seite aus herzlichen Glückwunsch und vielen Dank an Friedel Dörr für seine wirklich sehr, sehr wichtige und gute Tätigkeit im Gemeindevorstand in den letzten fünf Jahrzehnten. Immer überparteilich, immer am Wohl unserer Gemeinde Nianhausen orientiert, eine mehr als verdiente Auszeichnung. Aber es sind natürlich auch andere Sachen passiert bei uns in der Gemeinde. Zum Beispiel will ich nochmal daran erinnern, dass in den letzten Wochen ja einige Unstimmigkeiten zwischen der Deutschen Bahn und uns in der Gemeinde geherrscht haben. Wir haben ja mittlerweile schon eine sehr lange Wartezeit auf die Fertigstellung der barrierefreien Sanierung unseres Bahnhofs in Nianhausen. Es ist wirklich ein wichtiges, zentrales Infrastrukturprojekt für unsere Gemeinde und deswegen hat der Ärger in den letzten Monaten bei mir und bei vielen Menschen in Nianhausen immer mehr zugenommen, dass es dort an der Baustelle einfach gefühlt seit Jahren nicht vorangehen mag. Die Bahn hat auf das Schreiben, was ich in den vergangenen Wochen geschickt habe und meine Beschwerden auch in der Öffentlichkeit mittlerweile reagiert, hat sich für die Verzögerung entschuldigt und versprochen, nur mit Hochdruck an der Fertigstellung des Bauwerks zu arbeiten. Das begrüße ich zunächst. Natürlich werden wir aber auch sehr kritisch schauen, ob diesen Zusagen jetzt auch Taten folgen. Die gute Nachricht, die uns jetzt erstmal erfreut zum jetzigen Zeitpunkt ist, dass in den letzten Tagen die Arbeiten scheinbar wieder aufgenommen wurden und nun auch in der immer wieder mit Wasser volllaufenden Personenunterführung von den Bauarbeitern wieder Hand angelegt wird. Und wir hoffen, dass es dort jetzt wirklich schnell, zügig und vor allen Dingen auch erfolgreich vorangeht, dass bald die Aufzüge fahren können und dann auch endlich die Barrierefreiheit des Nianhausener Bahnhofs gewährleistet ist. Wichtiges Thema, das auch viele Bürgerinnen und Bürger in den nächsten Wochen nochmal merken werden, ist, dass wir im Rahmen unseres Sanierungsprogramms einige Kanalarbeiten durchführen werden in den nächsten Wochen durch unsere Gemeindewerke. Da geht es darum, dass kleinere Schadstellen, die wir in unserem Kanalnetz festgestellt haben bei unseren regelmäßigen Kontrollen, nun durch das sogenannte Inliner-Verfahren ausgebessert werden. Das führt in mehreren Straßen in unserem Gemeindegebiet jetzt zu kleineren Behinderungen, die auch einige Wochen andauern können. Der Vorteil ist, wir versuchen durch dieses Inliner-Verfahren Aufbrüche in den Straßen selbst zu verhindern. Aber natürlich bedeutet es zumindest die Einrichtung einer Baustelle, die dann auch nicht innerhalb von ein, zwei Tagen gleich erledigt sein wird. Da bitte ich um Verständnis. Es ist aber auch wirklich eine wichtige und gute Sache, dass wir diese Sanierungen durchführen, weil man damit einfach die unterirdische Infrastruktur, die wir zwar alle nutzen und brauchen, aber eben nicht sehen, in gutem Zustand halten. Und das spart am Ende auch den Gebührenzahler und die Gemeinde wirklich Geld, wenn man da regelmäßig dran arbeitet. Dann noch ein wichtiges Thema, natürlich immer noch in dieser Zeit Corona. Sie kriegen es mit in den Nachrichten. Die Werte, egal welche man da anlegt, steigen nach wie vor, sind auf absoluten Rekordständen. Und dank der Impfkampagne, die mittlerweile ja doch recht weit fortgeschritten ist und auch den hoffentlich weiterhin relativ milden Verläufen der Omikron-Variante, haben wir das Gesundheitssystem so weit jetzt noch nicht vor den absoluten Kollaps gesehen. Aber natürlich führt es doch zu ganz gravierenden Einschränkungen in weiten Teilen des täglichen Lebens. Und das betrifft vor allen Dingen die Familien mit Kindern, sowohl in den Schulen als auch in den Kindertagesstätten. Auch in denen in Janhausen merkt man immer mehr, dass die Infektionen zunehmen. Das betrifft zum einen die Kinder, was nicht schön ist, was schlimm ist. Zum Glück haben wir da, soweit ich jedenfalls informiert bin, bisher keine schweren Verläufe gehabt. Aber es trifft eben zunehmend auch Lehrpersonal und das erzieherische Fachpersonal in den Einrichtungen, was natürlich in der Konsequenz auch wieder die Folge hat, dass es immer schwieriger ist, wenn dann eine Einrichtung, eine Schule besonders betroffen ist, den Unterricht oder auch die Betreuungszeiten in den Kitas aufrechtzuerhalten. Da hoffe ich, dass wir bald, gerade in einer Zeit, wo auch noch grippale Infekte, Grippe und sonstiges üblicherweise auch noch dazu kommt, dass wir in einigen Wochen da wirklich das Schlimmste überstanden haben und auch wieder mehr Betreuungssicherheit und vor allen Dingen auch Unterrichtssicherheit hier feststellen können. Ich bin da zuversichtlich, dass wir das Schlimmste bald überstanden haben. Aber bis dahin ist das natürlich eine enorme Belastung, gerade für die Familien, aber auch für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Einrichtungen und auch diejenigen, die Tag für Tag immer wieder die Notkonzepte weiterentwickeln und versuchen, gute Lösungen zu finden. Ich hoffe, dass das bald alles so weit überstanden ist, wenn es dann wieder etwas wärmer wird und man auch wieder mehr im Freien machen kann, gerade in den Kindertagesstätten. Insofern mein Wunsch, bitte bleiben Sie weiterhin gesund und eine gute Woche.